Jo Freunde, die neue Season hat angefangen und wir haben natürlich wieder neue Aufträge hier in Fortnite und der erste Auftrag wäre, springe in verschiedenen Matches auf den Rücken eines Wolfs oder Wildschweins und das gleiche als Meilenstein noch, lege Distanz zurück, während du auf einen Wildschwein oder Wolf reitest. Also dieses Reiten jetzt komplett neu in dieser Season und ich zeige euch mal kurz, wer das am einfachsten wirklich macht hier. Dafür lande ich hier einfach in der Nähe von The Daily Bugle, einfach in diesem Bereich hier oben bei Sleepy Sound und The Daily Bugle hier oben und dort gucke ich schon, wenn ich lande, ob hier irgendwo ein Wildschwein rumläuft, weil in der Regel findet ihr auf jeden Fall hier zum Beispiel ein Wildschwein. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach überall landen, wo ihr halt irgendwo gerade ein Wildschwein seht. Klappt natürlich überall. So, hier sind zum Beispiel Wölfe, hier klappt es auf jeden Fall. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen einfach auf den Wolf drauf springen. So, das dauert ein bisschen, weil, so ihr müsst jetzt einmal hinterher hier kurz und dann einfach mitten auf den Wolf drauf und ihr seht schon, dann habe ich ihn gezähmt und es zählt hier eins von zwei Springe auf den Rücken eines Wildschweins oder eines Wolfes. Und für den Meilenstein laufe ich jetzt einfach rum und ich muss einfach hier Distanz zurücklegen mit dem Wolf. Und ja, so klappt das Ganze. Ihr müsst das Ganze ein bisschen timen, also einfach auf Controller X drücken, springen oder je nachdem, wo ihr halt springen belegt habt und auf Maustastatur dann einfach hier Leertaste drücken, je nachdem auch, wenn ihr da Leertaste belegt habt. Und ja, mehr braucht ihr gar nicht machen, so geht das bei Wölfen und bei Wildschweinen und ja, das auch zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und wie immer gerne Creator-Code hier iPlaytobi in den Items-Show eintragen. Ich wollte es euch eben zeigen, ich werde hier gerade vom Wolf gefressen, da ist es. iPlaytobi, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.